Stefan Kagerer, Remax Park. Ich melde mich heute aus Neulengbach aus dem Ortsteil Straß. Hinter mir sehen Sie unser neuestes Objekt. Ein großzügiges und solide gebautes Einfamilienhaus mit traumhaften Fernblick und unverbauter Sicht. Das Haus liegt in reiner Siedlungslage, verfügt über ca. 280 Quadratmeter Wohnfläche mit sieben Zimmern. Und ist komplett unterkellert. Das ca. 2600 Quadratmeter große Grundstück ist südlich ausgerichtet und verfügt über drei Zugänge. Ein großzügiger Pool auf leichter Hanglage lädt zum Entspannen ein. Außerdem gibt es genügend Platz für ein zweites Haus. Wenn Sie also viel Platz und Flexibilität und darüber hinaus eine Wertanlage suchen, dann freue ich mich, Ihnen diese wunderschöne Liegenschaft zeigen zu dürfen. Sie erreichen uns unter www.remax.park.at oder rufen Sie uns einfach an unter der 0660 503 9940. Wir freuen uns auf Sie! 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 Wir freuen uns auf Sie!